ja und ich höre langsam an dem wagen an dem wagen ich kann glaube ich nichts machen ich kann mich nicht oh krap baby you got to see this is a shitload of food and supplies back here this food could save all of us not all of us Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? You're right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. We'll survive without it. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Okay. What have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Here. Hmm. They'd certainly have to take this stuff. Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here. You can have some, too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Okay. Okay. Oh, shit. I'm gonna skip 10 now. die haben uns auf jeden fall schön ausspioniert jake bart linda and all y'all fucking sickos from the save lot they call y'all bandits but you're fucking rapists oh darling baby look at you look at you oh you need a mama sweetheart we won't let them bandits get you will we no okay where's your hat i don't know can you help me find it sure when did you lose it i had it a couple days ago i promise y'all thinking you're safe sitting there acting like things are the way they used to be the dead don't kill their own it's living you've got to be afraid of the people i used to call friends people who don't worry little girl and it's got their eye on that dairy as long as they keep getting food from them you'll be safe i promise oh that's nice mobile walking dead this place is done it's time to move on screw it not like you ever listen to a damned word i say is this all you got i told you this town is tapped do you have any idea what we had to do to get all that we need to leave duck was asking about the farm last night not much phases in but it's starting to add up i need to get to the coast get them out of all this madness lily's not doing so good huh you murdered her dad i did what i had to and you know it maybe people out there got things lined up better better than us at least could be folks who have all issues figured out people get mad when they're scared sometimes you do this is crazy i'm the one keeping this group going this is crazy i'm the one keeping this group going we can sort this all out all right we can sort this out i'll tell you what we need to sort out we can't let one person fuck this up for everyone out hmmm der lange weg weiter da wird das bein abgehakt und 84% der spieler haben sein bein abgehakt befragung jolene erschossen du und 87% der spieler ihr zugehört bevor danny sie erschossen hat pragmatismus geholfen larry zu töten du und 68% der spieler versucht ihn zu retten du und 82% der spieler nicht beide brüder getötet überleben lebensmittel aus dem wagen gestohlen du und 44% der spieler haben keine vorräte mitgenommen immerhin walking dead hunger und hilfe gut dann hier auf menü auf menü ja 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 spiel spiel episode 3 der lange weg was für ein bild hä wie was für ausgelassene episoden wie was für ausgelassene episoden weiter was habe ich denn für eine episode ausgelassen höh ach ist das ätzend Ahem. Hast du jemanden aus dem, was du warst? Oder du warst dich zu diesem Ort? Das ist richtig. Ich weiß, was du bist. Und ich weiß, dass du ein Mörder bist. Er ist nicht tot! Somebody help me! Komm schon! Wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen wird! Kenny! Was ist das? Das klingt wie ein Auto. Es ist ein verdammt von Essen und Herzen hier. Du bist richtig. Wir sollten das nicht nehmen. Die resten von uns nehmen diese Dinge. Es können dann doch die gleichen Entscheidungen werden zu sein. Diese Spirale passt sich dem von nie getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung richtet sich nach deiner Spielweise. Wo das eigentlich Telltale Games präsentiert. in Zusammenarbeit mit Skyborne Entertainment. The Walking Dead! Looks like this is our lucky day. I don't like it. Keep your eyes open, all right? Just trying to be optimistic. Let's just get inside. Oh, Mann! You made up your mind yet? About what? When it comes to the getting the hell out of Macon. I bet you're in the Let's Stay Put camp, considering I've been pushing everyone to leave. We should go. Motels run its course. And it's not safe. Well, if that's what you think, you should probably fucking speak up. Lily's dug in. Ja, man muss man ja mal weiter. Okay, just like last time. Over the rig into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're at options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Oh. Vielleicht bricht mir das Bein. There's no safe way through that mess. Oh. Joe. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Better gonna move on. They're blocked by all the fall of concrete. Okay. Das gefällt ihm natürlich nicht. Der Laden. Sieb schieben. Okay, sonst sehen wir nicht an die Seilwände vielleicht. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein, jetzt hoffen, dass was passiert. Da kann ich nichts machen. Ja. Funktioniert. Oh, jetzt kommen wir hoch. In die Hand? Ja, ich werde dich dafür zeigen. Lee, ich bin gut. Ich habe das. Gib mir deine Hand. Ich bin gut. Super. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hilfe! 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 Was ist das? Ein Walker? Es ist ein Mädchen, wir müssen wegen ihr werden, wir müssen einfach weitergehen. Ja, nicht schießen, die Munition. Wurde auch schon ein bisschen. Check. Help, please help me! род 19 005 005 005 005 005 grausam aber nutzlich verabschiedet sich ganz stürmen schädige die klinik reichs ab wie er gar nicht ihr werfen die jahre die strax so für die amerikaner die stadt auch hier haben hier den wiengang Da haben wir schon mal was. Hermit, Snack, Snack, Snack. Hinter dem Verkaufsdrehen soll ich gucken. Was ist denn der Kack Verkaufsding? Ganz schön viel. Rauf und rüber. Ach man, ich wollte noch kurz gucken. Warum bricht denn die Tür ein? Ah, da rüber. Ah. Und die Bricht trotz die Tür auf. Ah. Will mir nicht helfen? Okay. Fridge. Hallo, xxd-la-k-play-xd. xxd-la-k-play-xd-la-k-play-xd-la-k-play-xd-la-k-play-xd. Ja, der macht nichts, ne? Ja, der macht nichts, ne? Ja. Ein Astronaut hier. Oh, direkt nochmal getroffen. Grandios. Und da geht er hin. Oh. 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 Ich glaube, wir haben die Kinder wieder aufhören. Was hast du? Wir müssen noch ein Zeichen geben, das sagen, dass die Männer gehen und kommen und schrauben unsere Frauen und Kinder. Ha. Also, was hast du? Was hast du? Das war viel. Wir sind gut, übrigens. Wir sind gut. Schön. Das wird uns weitergehen. Wenn wir weitergehen, werden wir durch den Winter hier gehen. Der Winter? Wir schrauben unsere Arten hier. Weil du in eine RV mit dir, nach dem du mit meinem Vater gemacht hast, ist so appealing. Warum nicht das? Du weißt, dass ich, was es braucht, um alle sicherzustellen. Wir sind bereits sicher. Schauen Sie auf die Wand, Lilly. Das ist kein Graffiti. Das sind Schrauben. Und wir haben genug Aero-Schafen aus dem, um die Flasche zu verbrechen. Wir machen was für die Kinder. Das macht Sinn? Es ist ein Suizid da draußen. Wir sterben hier. Du bist richtig. Du könntest sehen, dass jemand schlafen und uns zu töten. Wir haben es wieder, oder? Wir können es, Carly. Nein, Leute. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Niemand braucht eine Veränderung für die Gruppe. Und ich glaube, dass du in die Lage bist. Wir sind stärker zusammen. Ich weiß, dass ich auf ihr Seite bin. Aber es gibt keine Seite. Was für die Ernährung? Was für die Schutz? Was für die Schutz? Was für wenn dieses Ort fallen? Was für jemanden muss denken über diese Sache? Wie hat das nicht funktioniert? Wir haben alles, was wir brauchen. Ich bin, Lilly. Nein. Weil Lee weiß, wie man sich um Menschen zu töten. Nicht nur Dinge. Was für die Medizin? Wir haben viel Essen aus dem Stationswagen. Nein, danke dir. Du wolltest es nicht mehr nehmen. Woher wären wir jetzt? Wir können nicht nur unsere Finger für mehr Stationswagen halten. Alles, was zu uns passiert ist, ist eine andere Erklärung, für dich diese Scheiße um zu verlassen. All ich will ist, ein Stück von nicht zu hören. Kann ich dir das nicht auswählen. Kann ich dir das nicht auswählen. Du wirst nicht glauben, was wir sehen. Wir alle verhäten es, Ken. Du solltest dich bedankt, Lee, für nicht zu töten. Es ist nicht so einfach für ihn. Look, Macon und seine Menschen nicht zu retten. Es ist nicht eine Stadt. Es ist full von walkers. Und die Menschen, die sich verlassen sind, und wandern auf die Straße. Es ist hell auf der Erde. Und es kommt. Es wird hier. Es wird nicht leichter sein, auf der Straße. Wie wirst du wissen? Was ich wissen? Ich weiß, dass du nicht überwählst. Ich weiß, dass jemand hat uns zu retten. Das stimmt. Und ich weiß, die Liste der Leute, die ich hier vertraue, wird immer kleiner, jeden Tag. Jetzt alle, raus! Oh. Sie wird es überrascht. Sie wird es überrascht. Sie wird es überrascht. Sie wird es überrascht. Ken. Alles, was ich weiß, ist, wenn es diese Sache passiert, ich bin der schlechte Mann. Ich möchte dich einmal bedanken. Für einmal! Oh, Dinge kommen zu den Kopf. Du kannst das sagen. Ich denke, dass du heute gut gemacht hast. Und ich denke, dass die meisten Tage. Danke. Es ist wahrscheinlich wertvoll, mit Lilly zu folgen, was sie gesagt hat, über die Missing-Supplies. Mit ihr, wie sie ist, ich will sie nicht verraten. Keine Frage. Klar. Wir sprechen doch schon. Jetzt geht's weg. Ja. Gehe ich mal her. Oh nein, was war? Da stand was. Halt! Die wollte doch mit mir reden. Flirty, flirty. Du bist ein zerstörer. Carly. Jesus. Und ich denke, dass die Leute wissen müssen. Nicht, weil sie es verdient. Und nicht, weil du ein schlechtes Mann bist. Ich denke, das Gegenteil von diesen beiden Dingen. Die Leute müssen wissen, weil wir bei einem Netzwerk hier und ich kann nicht sehen, Lilly sprechen über dich ohne zu denken, dass es das nächste, was sie sagen wird. Du musst nicht sagen, jeder zu sagen, aber denken, wie du glaubst, und die Möglichkeit hast, während du es hast. Du bist wahrscheinlich richtig. Natürlich, ich bin wahrscheinlich richtig. Die Leute können sich schmerzen, und sie sagen, es könnte ein paar Probleme geben, aber es wird ein weitermachen von was passieren, wenn sie es nicht von dir hören. Ja. Also, wirst du es dann machen? Ich werde die Leute wissen. Du bist völlig richtig. Gut. Ich denke, es ist für das beste. Oh. Ich denke, du weißt, vielleicht ist es wert, zu denken, wer du sagen willst. Du fühlst dich hier sicher? Ich zeige mir ein Wasser mit einem heißen Boden und einem High-Rise Apartment und mir ein voll-Bodied Malbeck und dann fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht, dieses Ort ist gut, aber wir alle wissen, dass das kann es sich ändern bei einem Moment. Du, äh, hast irgendwelche Gedanken über Lilly? Ich überrasse mich über sie. Das ist es. Sie tut immer, die Dinge zu laufen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich muss das auf die Sache schauen. Gute Idee. So. Dann muss ich das nicht sagen. Und... Mikrofon aktiviert. Mikrofon mutiert. Uiuiui. In denen sage ich das. Hey you two. How are you doing? We're okay. Just having a little spat. We all carry guns now and I don't like it. It's the way it's gotta be. I know, but I'm not getting used to it. I'm sorry. How are you, Lee? Hmm. Kenny, you got a second? I need to tell you something. Yeah? What do you got? It's serious. Okay. Should I sit down? Come on. I killed someone. I killed someone. Different than Larry or the St. John's. Different from everything. This was before the Walkers. A citizen? Yes. I know. I didn't say anything when I met you because I was with a girl and... You know, I was worried. Look, we've all done gnarly shit now. But what? You were some kind of killer? It's not like that. Is Duck safe around you? Of course. Good. But you should know. If we got to make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. I appreciate it though. Yeah. Maybe the other one has too? You know it right now. Let's see. Hi guys. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? Gehen wir auch nochmal weg? Der fragt sich, na, was haben die denn da zu tun? I've killed before. I mean before the Walkers showed up. You mean you were a murderer? You say that like it was my job. What are the details? It was in a dispute. Would he have killed you? I don't know. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. Hmm. I was given Larry's CPR with Lily. Kenny came in from out of nowhere and put a stop in the fridge. What did he do? What did he do? He smashed his head in. Oh yeah. Oh yeah. Gotcha. Everything keeps changing. Like good? See ya. I live in the fridge now. Ja.